Herzlich Willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Story-Mission Essenz des Äthers im Zombie-Modus von COD-MW3 abschließen kannst. Und hierfür musst du alle drei Essenzproben in Ursixtan finden und anschließend einsammeln. Und wo sich die drei Essenzproben befinden, zeige ich dir jetzt direkt als nächstes im Video. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß beim Einsammeln. Okay. Ich brauche Essenz von verschiedenen Standorten. Ich brauche Essenz von vielen, vielen Dank. Ich brauche Essenz von vielen Dank. Ich brauche Essenz von vielen Dank. Ich brauche Essenz von vielen Dank.